Ich will, dass du beim Bewerbungsgespräch erfolgreich bist und einen bleibenden Eindruck hinterlässt und deinen Traumjob bekommst. Und aus dem Grund gibt es heute passende Tipps dazu. Der erste Eindruck zählt, egal ob beim Date, beim ersten Date oder beim Bewerbungsgespräch, weil da trifft man meistens auch auf Leute, die man zum ersten Mal sieht. Und es kann schon mal sein, wenn man den ersten Eindruck verkackt, dass dann schon eine Entscheidung getroffen wird. Und ich möchte, dass euch da keine Fehler passieren. Ich will, dass ihr einen bleibenden ersten Eindruck beim Bewerbungsgespräch hinterlasst. Und aus dem Grund solltet ihr die nachfolgenden Dinge auf jeden Fall beachten. Erstens, Kaugummi kauen. Kaugummi kauen beim Bewerbungsgespräch geht gar nicht. Ich kann es vollkommen nachvollziehen, dass man beim Bewerbungsgespräch einen frischen Atem haben möchte. Und du kaust vielleicht auch vorher aus Nervosität vielleicht am Kaugummi. Aber wenn es ins Gespräch reingeht, dann müsst ihr aller, aller spätestens den Kaugummi entfernen, weil im Gespräch Kaugummi kauen, Leute, funktioniert nicht. Zweitens, Pünktlichkeit. Leute, Pünktlichkeit ist einfach das A und O. Nicht nur eine deutsche Tugend, sondern ihr müsst einfach beim Bewerbungsgespräch überpünktlich sein. Nicht nur pünktlich, sondern überpünktlich. Seid lieber 10 Minuten zu früh, als eine Minute zu spät. Das hat mein Berater mir damals immer gesagt. Das habe ich mir auch hinter die Ohren geschrieben. Weil du kannst besser vor Ort dich vielleicht auch nochmal hinsetzen, die Situation und die Gegebenheiten auf dich wirken lassen, als dass du ins Gespräch reinrushst und irgendwie total nervös bist und abgehetzt bist. Das bringt gar nichts. Heißt, sei pünktlich, besser noch überpünktlich. Drittens, Haut und Hände. Eigentlich ist das schon drittens und viertens, aber wir lassen es bei drittens. Haut und Hände sollten auf jeden Fall gepflegt sein. Warum? Erstmal schüttest du beim Bewerbungsgespräch meistens die Hand. Da schaut man auf deine Hände. Zweitens, vielleicht zeigst du beim Bewerbungsgespräch irgendwo drauf mit deinen Fingern. Oder drittens kann natürlich auch sein, dass du irgendwas durchblättern musst oder irgendwas ausfüllen musst. Dann sollten deine Hände einfach gepflegt sein. Und es sollten natürlich nicht nur die Hände gepflegt sein, sondern natürlich auch grundsätzlich eure Haut. Denn ich sage es immer und immer wieder, egal ob erstes Date, erstes Bewerbungsgespräch oder irgendeine andere erste Begegnung. Das, was man als erstes sieht, ist das größte Organ, eure Haut. Und die sollten natürlich rein und gepflegt sein. Und wie macht man das am besten? Genau richtig, auch wir Männer machen das am besten mit einer vernünftigen Hautpflegeroutine. Ich habe dazu kürzlich erst ein Video gemacht. Ich verlinke euch das Video an dieser Stelle auch hier oben. Schaut euch das gerne an. Und zu einer vernünftigen Hautpflegeroutine benötigt man natürlich auch vernünftige Hautpflegeprodukte. Wir haben jetzt erst kürzlich unsere neuen Hautpflegeprodukte rausgebracht. Das sind die Basic-Hautpflegeprodukte, die wirklich jeder Mann im Badezimmerschrank haben sollte. Zum einen unseren Daily Facial Cleanser. Mit dem bekommst du einfach deine Haut gründlich und pogentief gereinigt. Am besten machst du das dann auch in Kombination mit einer elektronischen Gesichtsreinungsbürste. Zudem noch ein Augengel für die feine Haut unter den Augen. Und eine Retinolcreme, damit eure gesamte Haut auch einfach young und fresh aussieht. Viertens, auch wenn ihr in eurer Freizeit vielleicht quietschgrüne oder neongelbe Outfits tragt, Leute, beim Bewerbungsgespräch solltet ihr einfach auf dezente, gedeckte Farben zurückgreifen. So fallt ihr erstmal nicht direkt auf. Und das passt einfach bei einem Bewerbungsgespräch einfach wesentlich besser. Leute, das halbe Leben besteht aus Vorbereitung. Und auch beim Bewerbungsgespräch solltet ihr hervorragend vorbereitet sein. Denn wenn ihr nicht gut vorbereitet seid, dann seid ihr möglicherweise unsicher, nervös. Wenn ihr aber gut vorbereitet seid, dann kann jede Frage kommen. Ihr sitzt da sicher, mit Selbstvertrauen. Und ihr könnt halt dann auch Fragen beantworten. Denkt mal an das Beispiel in der Klausur in der Schule. Wenn ihr schlecht vorbereitet wart, dann wart ihr möglicherweise auch nervös. Dann wart ihr nicht sicher, komme ich durch die Klausur durch oder nicht. Aber wenn ihr wirklich gut gelernt habt und gut vorbereitet seid, Leute, dann ist das alles kein Problem. Sechstens, der Branche entsprechend kleiden. Wenn du zum Beispiel als Handwerker irgendwo zum Vorstellungsgespräch eingeladen bist, dann siehst du sicherlich anders aus, als wenn du zum Vorstellungsgespräch irgendwo bei Unternehmensberatung eingeladen bist. Heißt, du solltest dich auf jeden Fall der Branche entsprechend kleiden. Ich habe dazu auch schon ein komplettes Video gemacht, weil ihr danach gefragt habt. Verlinke ich euch das an dieser Stelle ebenfalls hier oben. Checkt das gerne mal aus. Siebtens, jetzt sind wir wieder bei Vorbereitung. Plant euer Outfit. Wenn ihr zum Vorstellungsgespräch eingeladen seid irgendwo, dann plant das Outfit einen Abend vorher. Überlegt euch, was wollt ihr anziehen. Denn dann seid ihr auch voll fokussiert morgens auf eure Vorstellungsgespräche und müsst euch keine Gedanken mehr darüber machen, was ihr vielleicht anziehen wollt, worin ihr gut aussieht oder wo drin ihr ein gutes Gefühl habt. Heißt, auch hier ist Vorbereitung alles. So Leute, jetzt kommt ein Spruch, den ihr normalerweise nur von den Frauen kennt und zwar nicht so viel Haut zeigen. Das könnt ihr aber euch auch vornehmen, wenn ihr irgendwo im Vorstellungsgespräch seid. Denn wenn du jetzt mit einem mega aufgeknüpften Hemd irgendwo zum Vorstellungsgespräch kommst oder mit kurzen Hosen, Leute, funktioniert nicht. Deshalb an dieser Stelle, ja, ich glaube, das werde ich nicht so oft sagen, ist mehr tatsächlich mehr. Last but not least, Leute, möchte ich noch eine Sache mit auf den Weg geben und zwar achtet auf eure Kleidung. Bitte achtet auf eure Kleidung in jeglicher Hinsicht. Wenn ihr ein Hemd tragt, achtet darauf, dass das Hemd wirklich vernünftig gebügelt ist und dass nicht irgendwo Falten drin sind. Wenn ihr eine Hose tragt, achtet darauf, dass es keine abgetragene Hose ist, auch wenn es eure Lieblingsjeans ist. Bitte achtet auf eure Kleidung. Sie soll sauber sein, gepflegt sein, genauso wie euer gesamtes Erscheinungsbild. Falls dir an dieser Stelle jemand einfällt, der jetzt bald irgendwie ein Bewerbungsgespräch hat, teile liebend gerne dieses Video mit ihm. Ich würde mich nämlich sehr freuen, wenn ich euch da draußen mit meinen Videos ein Stück weit weiterhelfen kann. Und auf diesem Wege wünsche ich euch jetzt eine maximale Performance beim Bewerbungsgespräch und drücke euch ganz fest die Daumen, dass ihr den Job bekommt, den ihr unbedingt haben wollt.